Wir sind jetzt für den kleinen Universe Vienna City Marathon. Als klein, wenn man das in der gesamten Dynamik sieht und in der gesamten Bedeutung sieht. Und wir sind jetzt die Baumeister, um diesen Vienna City Marathon wieder dort hinzubringen, wo er war. Und er war schon sehr bedeutend und sehr groß und sehr professionell und wir werden das schaffen. Es wird nicht von heute auf morgen gehen. Es wird, so wie es der Gerhard gesagt hat, der Marathon 2021, das wird ein anderer sein. Möglicherweise wird es sogar ein schönerer sein, weil wir vielleicht das Gigantismus, der auch bei uns schon in dem einen oder anderen Bereich ein bisschen hineingeschlagen hat. Vielleicht werden wir das nicht mehr machen. Das werden aber nicht nur bei uns so sein, das werden auch bei anderen großen Veranstaltungen so sein. Und sehen wir es als neue Chance, sehen wir es als eine Herausforderung, die wird es sein. Und mein Wunsch an alle, die uns bisher zur Verfügung standen und die uns bisher geholfen haben, aus diesem kleinen Pflänzchen, was 1984 entstanden ist, etwas Großes geworden ist, weiterhin mitzuarbeiten, weiterhin mitzutun. Und dann werden wir wieder hundertprozentig ein tolles Marathonerlebnis in Wien haben. Ich glaube, der erste Wien Marathon war der wichtigste im Jahr 1984, dass er überhaupt einmal stattgefunden hat. Und der Wiener City Marathon 2021, das wird wieder ein ganz, ganz wichtiger Baustein für die Zukunft dieser großen Laufbewegung in Österreich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017